Die Zahme Gera ist ein 19 Kilometer langer Fluss im Ilmkreis in Thüringen. Sie ist einer der beiden Quellflüsse der Gera. Verlauf Quellgebiet Die Zahme Gera entspringt im mittleren Thüringer Wald zwischen Ilmenau und Sul nahe der Schmücke am Rennsteig. Das Quellgebiet liegt auf der Nordseite des Berges Sachsenstein am Forstort Kerb-Hölzerbrunnen an der Alten Landstraße, auch Sulerstraße genannt. Das Quellwasser durchfließt den Aschbachsgraben und vereinigt sich beim Hungertalsteig mit den zu fließenden Quellbächen des Löffeltels und des Hungertails. Die Zahme Gera besitzt diesen Namen ab dem Hungertalsteig. Der heute durchbrochene Erddamm wurde einst für den Bedarf eines Pochwerkes oder einer Wasserkunst im Zusammenhang mit dem regionalen Altbergbau aufgeschüttet. Die Zahme Gera umfließt anschließend den westlich gelegenen 772 Meter hohen Gabelbachskopf. Der landschaftlich beeindruckende Taleinschnitt besitzt eine Tiefe von über 100 Metern. Auf der westlich des Tails folgenden Hochfläche befindet sich das Dorf Gelberg. Mittellauf an der Zahmen Gera unterhalb Gelbocks befindet sich das Mundloch des etwa 10 Kilometer langen Gerastollens. Dieses Bauwerk gehört zum Projektora-Talsperre und leitet einen Teil des Flusswassers in die Talsperre ab. Es folgt ein etwa 6 Kilometer langer, bewaldeter Talabschnitt bis zur Braunsteinmühle, heute ein technisches Denkmal im Ortsteil Allesberg von Geraberg. Diese Mühle wurde 1855 gegründet und zerkleinerte gefördertes Manganerz. Sie befindet sich unmittelbar an der Einmündung der 5 Kilometer langen Jüchschnitz-Allesberg gehört seit 1923 zu Geraberg. Hier endet das klamatige Waldtal und markiert zugleich den Austritt aus dem Thüringer Wald. Der folgende Ortskern von Geraberg trug noch bis 1922 den Namen Gera. In Geraberg ab Zweigende Mühlgräben dienten für den Betrieb von Hammerwerken und später überwiegend zum Antrieb einiger Sägemühlen. In Geraberg mündet von rechts der etwa 3 Kilometer lange Körnbach in die Zahme Gera ein. Talbrücke Zahme Gera am nördlichen Ortsrand von Geraberg folgt die imposante Talbrücke Zahme Gera der A71. Sie ist 520 Meter lang und 63 Meter hoch. Unterhalb der Kammerlöcher wurde an einer Engstel zwischen dem Bringeberg und dem Berg Weißerstein zum Hochwasserschutz erbautes Rückhaltebecken angelegt. Das im Bedarfsfall 351.000 Kubikmeter Wasser der Zahmen Gera aufnehmen kann. Daneben befindet sich der Weiher Fronteich. Sein Überlauf mündet von rechts in die Zahme Gera. Nach etwa 900 Meter mündet unterhalb von links der etwa 6 Kilometer lange Wirrbach in die Zahme Gera ein. Unterlauf hier ändert sie auch ihre Fließrichtung von Nord auf Nordost. Es folgt der Ort Angelroda, wo das Tal von einem 1879 erbauten, 23 Meter hohen, 100 Meter langen Eisenbahnviadukt der Bahnstrecke Erfurt-Ilmenau überspannt wird. Hinter Angelroda beginnt der Plauesche Grund, ein Talabschnitt der Gera, der sich bis vor die Tore Arnstadt scherstreckt. Die Zahme Gera schlängelt sich nun noch etwa 4 Kilometer durch ihr breites Wiesental, wobei sie noch den von rechts einmündenden, 10 Kilometer langen Reichenbach aufnimmt, bevor sie sich in Plaue mit der von links kommenden Wilden Gera zur Gera vereinigt. In trockenen Zeiten versickert die Zahme Gera östlich Rippersroda vollständig im Karstuntergrund, um dann im Spring von Plaue wieder ans Tageslicht zu gelangen. Geschichte Für die Zahme Gera gab es in früher Zeit verschiedene Namen. Von 1503 bis 1642 waren dies, Windische Gera, die Alte Gera, die Wendische Gera. Alte Gera um 1590 ging der Name Windische Gera von der Zahmen Gera zur Wilden Gera über. Die Auffassung über den Ursprung der Zahmen Gera wechselte im 17. Jahrhundert. Man sah diesen fortan in der Quelle Kerpelzerbrunnen an der Alten Landstraße, ca. 450 Meter nördlich vom Hochpunkt des Sachsensteines. Bis ins 20. Jahrhundert zählte man insgesamt 14 Mühlenstandorte an der Zahmen Gera vom Quellgebiet bis unterhalb von Geraberg. Die Zahme Gera gilt auch als ein unberechenbarer Gebirgsfluss. Hiervon zeugt das große Hochwasser vom 9. und 10. August 1981 bei dem in Geraberg eine Frau ertrank. Als Hochwasserschutzmaßnahme wurde 2010 oberhalb von Angelroda ein Hochwasserrückhaltebecken fertiggestellt. Verkehr Das Tal der Zahmen Gera hat für den Verkehr nur untergeordnete Bedeutung. Zwischen Gehlberg und Ahlesberg gibt es einen Forstweg entlang des Flusses und zwischen Ahlesberg und Angelroda eine Kreisstraße. Zwischen Angelroda und Plaue verläuft die Bahnstrecke Erfurt-Ilmenau entlang des Tals. Der Gera-Radweg begleitet die Zahme Gera ab der Jüchschnitzmündung. Sonstiges Nach der Zahmen Gera hat sich die 1992 gegründete Verwaltungsgemeinschaft Gera-Tal mit Sitz in Geraberg benannt. Großer Großer BetrugHH Untertitelung des ZDF, 2020